Welches Resümee kann nach dem Befragungstag über den Zustand der Justiz gezogen werden? Heute haben wir uns mit dem Justizministerium auseinandergesetzt und wir haben auch gesehen, dass diese schwarze Krake auch in dieses Ministerium ganz ganz massiv ihre Tentakel hineingehalten hat. Was wir heute herausarbeiten konnten war, dass die ÖVP sogar dazu übergegangen ist in der WKStA ihre Leute zu installieren, um dort Informationen aus laufenden Verfahren zu generieren und dort eine Innensicht zu bekommen, was da drinnen vorgeht und was gemacht wird. Wie verlief die Befragung von Linda Poppenwimmer? Wir haben festgestellt, dass die Frau Mag. Poppenwimmer als Staatsanwältin in der WKStA, wir haben sie als trojanisches Pferd der ÖVP bezeichnet, immer wieder mit dem Oberstaatsanwalt Fuchs Kontakt gehalten hat, dem über Messenger-Dienste Aktenbestandteile geschickt hat, Informationen über andere Staatsanwälte in der WKStA, alles in allem eigentlich ein sehr sehr bedenklicher Zustand und es hat nichts anderes zur Folge gehabt, dass das Internes aus der WKStA über Messenger-Dienste, das muss man sich mal vorstellen, nicht über den offiziellen Dienstweg zwischen den beiden ausgetauscht worden sind. Es gab keine Aktennotizen dazu, es gab keine Begründungen, warum diese Akten Teile das Haus verlassen haben, alles mal ein sehr sehr eigenartiges Bild und die Begründung der Frau Mag. Poppenwimmer, dass sie das sozusagen für die Allgemeinheit in der WKStA gemacht hätte, der konnte ich nicht ganz folgen. Ich glaube, dass da eher ein anderer Hintergrund vorhanden gewesen ist. Man hat seitens der ÖVP versucht, die WKStA mit unter Anführungszeichen eigenen Leuten zu unterwandern und irgendwann einmal dieses Kollegium von acht Staatsanwälten so zu drehen, dass es dann am Ende des Tages der ÖVP dienlich ist. Das ist das Bild, das sich daraus heute ergeben hat und ich denke, da sollten wir noch ein wenig nachhaken. Bernd Schneider ist heute Staatsanwalt in St. Pölten und war zuvor Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft in Wien und war da am Rande beim Ibiza-Video, ermittelnder Staatsanwalt, und war auch führend beteiligt bei der Beseitigung des Datenleaks am Gläub-Müller-Handy. Schneider spielte in der Causa Gläub-Müller-Chats eine tragende Rolle. Was ist dazu zu sagen? Schneider ließ das Handy zweimal von einem IT-Forensiker auswerten und strukturieren. Anschließend wurde der Stick mit den Daten des Gläub-Müller-Handy allerdings auf Eis gelegt, um es mehr oder weniger der Öffentlichkeit zu entziehen. Er hat gesagt, es war ein reiner Opfer-Stick. Es war daher nicht notwendig, den Stick zu sichern. Das sehen wir anders, auch wenn Gläub-Müller Opfer war, hätte er sich aufgrund der Daten auf dem Stick vergewissern müssen, ob hier das Amtsgeheimnis gebrochen wurde. Das wurde nicht gemacht. Wie profitierte die ÖVP davon? Jetzt, nach den Jahren, die vergangen sind, seit die Daten auf diesen Datenträger gesichert wurden, liegt der Verdacht nahe, dass in vielen Fällen jetzt schon eine Verjährung eingetreten ist. Und sozusagen muss man sagen, hier wurde er wohl freiwillig, unfreiwillig Helfer, Helfer der ÖVP. Sie haben den Vorsitz im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss geführt. Welchen Eindruck haben Sie gewonnen? Also mein Eindruck war, dass dieser Ausschuss sehr diszipliniert vonstattengegangen ist, dass es also hier weder zu irgendwelchen unangenehmen Fragen gekommen ist. Also ich kann nicht bestätigen, was medial von vor allem einer Fraktion seit Monaten kolportiert wird, dass hier Fragen gestellt werden, die nicht zulässig sind. Ganz im Gegenteil. Also ich hatte jetzt schon den Eindruck, dass die Fragen, dass sich die Abgeordneten sehr gut vorbereitet haben. Der Gesamteindruck, man muss sagen, es ist ein dringend notwendiger Ausschuss, wenn man sich ansieht, was da tatsächlich alles in den Akten drinnen steht, also was auch über die Auskunftspersonen zu erfahren war. Also da glaube ich, ist der Ausschuss dringend notwendig. Und es war ein sehr interessantes Erlebnis. Und es selbst zu erleben, zeigt eigentlich, dass es ganz anders abläuft, als es medial oftmals dargestellt wird.